Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich möchte eine Geschichte erzählen über eine Frau aus Amerika, die mich persönlich sehr berührt hat. Und zwar geht es um Amina Asilmi. Sie war eine Baptistin aus Colorado. Und die Geschichte handelt davon, wie das Vertrauen zu Allah einen Menschen beeinflusst oder was es aus einem Menschen macht und wie stark es einen Menschen machen kann. Diese Frau, Amina, war 1975 Studentin und damals wurden Computer zur Registrierung in Kursen angewendet, das erste Mal. Und bei ihr geschah ein Fehler, ein Computerfehler. Und sie wurde in die falsche, in einen falschen Kurs, an den sie sich gar nicht angemeldet hatte, eingeteilt. Das war ein Theaterkurs, was sie gar nicht, also sie mochte Theater gar nicht. Jedenfalls hat sie dann irgendwie einen Weg gefunden, trotzdem da mitmachen zu können. Und als sie dann in den Kurs kam, war alles voller Araber. Und sie hat Panik gekriegt. Sie hat gedacht, ich will mit diesen Leuten, Kameltreibern, nichts zu tun haben. Jedenfalls war sie fertig. Sie hat, sie war damals schon verheiratet, sie hat zu ihrem Mann gesagt, das mache ich nicht, keine Chance. Und ihr Mann, auch ein gläubiger Christ damals gewesen, hat gesagt, Gott wird für alles einen Grund haben, vielleicht ist es deine Aufgabe, diese Araber zum Christentum konvertieren zu lassen. Und das hat ihr dann den Grund gegeben, in diesen Kurs einzusteigen. Jedenfalls hat sie sich dann mit den Arabern unterhalten, über das Christentum, und hat versucht, wirklich die Araber davon zu überzeugen, dass Christentum das Richtige ist. Und es gab Diskussionen, und die Araber haben sich nicht konvertieren lassen. Also es ging einfach nicht. Und dann hat die Frau gesagt, okay, sie hat sich einen ausgesagt, hat gesagt, gib mir den Koran, ich lese mal was bei euch, so, was es für eine Religion ist. Sie hat sich da vertieft, sie hat nachgeforscht, gelesen, und sie hat sich so weit reingesteigert, dass sie gar nicht mal mehr ausgehen wollte, sie hat keinen Alkohol mehr getrunken, kein Schweinefleisch mehr gegessen, unterbewusst. Also sie hat sich, sie war immer noch überzeugte Christin. Der Mann hat schon gedacht, sie hatte eine Affäre, und hat sie halt beschuldigt, hat gesagt, du hast eine Affäre, und sie haben sich getrennt, also er hat sie verlassen, und sie war allein. Und hat sich aber trotzdem weiter damit beschäftigt. Bis eines Tages ein Mann an ihre Tür geklopft hat, sein Name ist Abdulaziz, und er hat ihr gesagt, du wartest nur drauf, Muslimin zu werden. Und sie war geschockt, sie hat gesagt, nein, aber wo du schon da bist, reden wir. Und er hat ihr viele Fragen beantwortet, und das ist ein schöner Vergleich, wie sie das hier beschreibt. Er erklärte, dass Allah uns aufgetragen hat, Wissen zu suchen, und Fragen sind ein Weg dazu zu kommen. Wenn er etwas erklärte, war es, als sähe man eine Rose beim Öffnen zu, Blütenblatt für Blütenblatt, bis sie ihre ganze Pracht entfaltet. Ja, das hat soweit geführt, bis sie 1977 die Schahada gesprochen hat, also sie ist wirklich zum Islam übergetreten, und das hatte natürlich Konsequenzen. Also, damals wird man wohl wissen, dass es noch nicht so ausgereift war wie heute. Also, die Freunde wollten nichts mehr mit ihr zu tun haben, und sogar die Familie wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Die Mutter hat es also gar nicht akzeptiert. Die Schwester, ihre Schwester, hat gedacht, sie hat eine psychische Krankheit und wollte sie wirklich in eine Psychiatrie einweisen. Und ihr Vater, ihr Stiefvater, der hat vorgehabt, also er hat schon das Gewehr in die Hand genommen und wollte sie umbringen, mit der Begründung, besser sie ist tot, als lande sie in der tiefsten Hölle. Dann hat sie, sie hat sich davon nicht abhalten lassen, sie hat immer weiter gemacht, also, sie hat dann das Kopftuch angezogen. An dem Tag, als sie zur Arbeit gegangen ist, wurde sie gekündigt, sofort. Das heißt, sie hatte keine Familie, keine Freunde und keinen Job mehr. Dann kam die Scheidung von ihrem Mann, was wirklich schwierig war für sie. Das Gericht, also damals gab es noch nicht diese Gesetze wie heute, hat damals gesagt, wenn sie ihre zwei kleinen Kinder behalten will, dann sollte sie sich vom Islam lossagen. Und sie hat nur 20 Minuten Bedenkzeit bekommen für diese Entscheidung. Was noch zusätzlich schlimm war, zu der Zeit haben ihr die Ärzte gesagt, sie kann keine weiteren Kinder bekommen, also sie ist unfruchtbar. Mittlerweile war sie so fest im Glauben, dass sie zu Gott gebetet hat, um jetzt die Entscheidung um sich einfach zu entscheiden. Also sie hat zu Gott gebetet und ist zu dem Entschluss gekommen, dass sie am Islam festhält. Also sie musste auf ihre Kinder verzichten, was wirklich für eine Mutter unvorstellbar ist. Aber sie hat darauf vertraut, dass Gott ihr diesen Weg einfach weiter gehen lässt, um dann zu siegen. Jedenfalls hat sie den Fall in die Medien gebracht damals, worauf eine Gesetzesänderung kam, dass man aufgrund der Religion nicht die Kinder der Frauen ziehen kann. Ja, also sie hat einfach weitergelebt, war halt alleine, hat den Islam weiter praktiziert und sie hat den Islam gelebt. Also sie hat sich wirklich verhalten wie eine richtige Muslimin, sie hat mit Respekt geredet, sie hat nur Gutes getan und die Freunde und die Familie haben wieder so ein bisschen den Kontakt zu ihr gesucht. Die haben gemerkt, sie ist ein besserer Mensch geworden und haben einfach, also die haben wieder Kontakt gehabt. Dann ging es los, ihre Großmutter, die war schon über 100 Jahre alt und sie hat den Islam angenommen, kurz bevor sie gestorben ist. Und dann kam ihr Stiefvater, der sie umbringen wollte, er hat auch den Islam angenommen. Dann kam ihre Schwester, dann kam ihr inzwischen 21-jähriger Sohn, dann kam ihr Ex-Mann, der sie ja damals verlassen hat und er hat dazu noch gesagt, er hat sich entschuldigt für sein Verhalten und dadurch, dass sie Muslimin war, sie hat ihm schon längst vergeben gehabt. Sie hat einen anderen Mann geheiratet und nicht vergessen, sie war unfruchtbar, sie hat einen Sohn gekriegt, also Allah hat sie gesegnet, deshalb hat sie ihren Sohn Baraka genannt. Ja, inzwischen ist sie Präsidentin der Internationalen Union Muslimischer Frauen und sie hat sich also, sie macht auch viele, sie hält viele Vorlesungen und es hat sich einen Namen gemacht in Amerika und was noch unglaublicher war, sie ist an Krebs erkannt und trotzdem, sie hat gesagt, das ist für mich eine Segnung, also eine Segnung von Allah, also sie hat, sie ist trotzdem dankbar dafür. Also diese Frau hat wirklich verstanden, was das heißt, was das Wort Allah heißt. Hier wurde die Entscheidung gestellt, entweder die Kinder oder Gott, sie hat gesagt, Allahu Akbar, sie hat gesagt, dein Job oder Gott, Allahu Akbar, sie hat gesagt, deine Familie, deine Freunde oder Gott, Allahu Akbar, und es hat ihr wirklich die Kraft gegeben, es hat ihr die Ruhe gegeben und wir können uns wirklich alle ein Beispiel dran haben.